Wie ist das WST Connect SE? Die kann sich jeder bei Steinbeck kostenlos von der Webseite runterladen. Dazu braucht man auch kein Cubase und keine Lizenz. Und das ist ganz wichtig, dass derjenige, der zum Beispiel für mich singen wird, diese Software bei sich installiert am Mac oder am PC. Und ich kann das mal gerade hier reinziehen. Diese Software, die sieht so aus. Das werden wir uns gleich noch im Detail angucken. Und wir haben hier verschiedene Bedienelemente. Und diese Software ermöglicht es mir, dass ich praktisch mein Cubase mit dieser Software verbinde. Das werden wir gleich alles im Detail zeigen. Und was ganz wichtig ist, damit das Ganze auch funktioniert, müssen wir natürlich uns erstmal ein Projekt einrichten, das darauf ausgelegt ist, dass ich dem entsprechend alles anhören kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein kleines Beispiel. Und habe hier einfach einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Playback, den ich als Grundlage nutzen möchte. Hören wir mal gerade rein. Das sind jetzt Harmonien. Und da möchte ich jetzt, dass zum Beispiel eine Sängerin da drüber singt. Also, was muss ich machen? Als erstes Mal brauche ich einen sogenannten Talkback-Kanal. Das heißt, ich möchte ja mit der entsprechenden Musiker reden können. Das macht mein System dann automatisch. Dazu habe ich mir hier ein Mikrofon hingestellt. Und dieses Mikrofon muss ich mit Cubase erstmal verbinden. Dazu gehen wir als allererstes in die VST-Verbindungen im Menü Geräte, dort in die Eingänge und fügen einen neuen Bus hinzu. Und zwar reicht ja hier ein Monobus, weil es ja auch nur ein Monosignal ist, mein Talkback-Signal. Und das nenne ich einfach mal wirklich Talkback. Also wie gesagt, das ist nicht dafür da, um was aufzunehmen, sondern hier wird praktisch wirklich nur mein Mikrofon dazu genutzt, um mit der Sängerin, die irgendwo dann sitzt, zu reden. Und zwar habe ich hier ein Mikrofon angeschlossen, ein Kondensatormikrofon. Und das ist jetzt hier eingerichtet. Das ist nämlich ein Eingang Nummer 1 meines Audio-Interfaces auch angeschlossen. Gut, das war Schritt 1. Das haben wir schon mal. Wir können jetzt mal gerade ganz kurz den Mixer aufmachen mit F3 und sehen auch hier, ich schalte mal den Stereo-Eingang stumm, und sehen auch hier, dass dieser Talkback-Channel anscheinend wunderbar funktioniert, weil hier kommt ein Eingangssignal, während ich hier rede. Mission 1 erledigt. Jetzt geht es weiter. Wir müssen ja dafür sorgen, dass der Sänger oder die Sängerin das Signal überhaupt in Cubase auf eine Audiospur aufnimmt. Dazu machen wir uns mit der rechten Maustaste hier eine neue Audiospur, natürlich auch eine Monospur, weil die Stimme ja in Mono aufgenommen wird. Die, die nennen wir einfach mal zum Beispiel Sänger-Rack für Sänger-Recording, beziehungsweise Sängerin natürlich in dem Fall. So, und als Eingang für diese Spur, das hat Cubase hier in dem Fall auch schon automatisch gemacht, nutze ich meinen Talkback, weil über den Kanal wird nachher auch das Signal zurückkommen. Das werden wir noch sehen, wie das genau funktioniert. Das ist die eine Sache. Wichtig ist, dass ich diese Aufnahme für die Spur dann später auch aktiviert habe, weil sonst wird auf diese Spur nichts aufgenommen. Dann brauchen wir noch was, das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar, ich mache eine zweite Audiospur, auch nochmal in Mono. Und diese Audiospur, die nenne ich Sängerin Mon. Das steht für Sängerin Monitor. Das ist das Signal, damit die Sängerin nachher später auch das hören kann, was sie gesungen hat. Und hier ist ganz wichtig, hier schalte ich jetzt auch im Prinzip den Monitor-Button an. Und da sieht man schon mal, dass das Signal von mir auch hier reinkommt. Also, das funktioniert. Ich mute jetzt diese Spur nochmal, damit uns das nicht die ganze Zeit stört, dieses Signal. Und auch hier ist wichtig, Talkback-Eingang für diese Spur. So, und jetzt mache ich eine sogenannte Gruppenspur. Die in Stereo und diese Gruppenspur, die nenne ich jetzt einfach mal zum Beispiel Q-Mix. Ein Q-Mix ist nichts anderes als ein zusätzlicher Mix, um beispielsweise über diese Spur das Signal für den Sänger auszuspielen. Weil der muss ja was hören, der muss ja das Playback hören, weil der Sänger oder die Sängerin kriegt nicht das gleiche Signal, was ich hier höre. Das ist ganz wichtig, weil ich habe die Möglichkeit, dann hier meinen Mix so zu lassen, wie er ist. Während der Sänger zum Beispiel sagen kann, ich möchte nur die und die Spur und ich möchte beispielsweise die Drums etwas leiser haben als die Harmonien. Und damit ich meinen Mix hier nicht verändern muss, regele ich das hier über diese Gruppenspur. Jetzt mache ich aber nicht Folgendes, dass ich diese Harmonie und die Drumloop-Spur direkt in die Gruppe reinlege, sondern ich mache das mit sogenannten Sends. Dazu gehe ich jetzt einfach mal in die Kanalübersicht der Harmoniespur, gehe auf den Sendregler, lege hier in die Gruppe rein, drehe das Ganze, schalte das an, drehe das hier auf ein bisschen. Und ganz wichtig, mit der rechten Maustaste kann ich das Ganze an die Prefader-Position verschieben. Das bedeutet, unabhängig davon, ob ich später mal in meiner Harmoniespur das Signal laut oder leiser mache, die Lautstärke für die Sängerin bleibt hier immer gleich. Das ist ganz wichtig. Ich stelle das jetzt erstmal so basismäßig ein und gehe dann einfach weiter, indem ich hier draufklicke auf den Drumloop, weil ich denke mal, auch hier möchte die entsprechende Sängerin einen entsprechenden rhythmischen Hintergrund haben. Auch hier lege ich das Ganze auf den Cue-Mix, aktiviere das und mache die Drums von vornherein mal ein bisschen leiser. So, ich kann das auch mal im Prinzip testen, indem ich einfach mal das Ganze laufen lasse. Und sehe direkt, das Signal kommt hier unten auch natürlich in der Gruppe an. Und jetzt ist ganz wichtig, wie kriege ich dieses Signal aus der Gruppe jetzt an die Sängerin? Dazu gibt es in Cubase ein zusätzliches Plugin. Wir arbeiten jetzt gleich mit zwei Plugins. Einmal dem eigentlichen VST-Connect und einmal einem sogenannten Cue-Mix-Plugin. Und das muss in diese Gruppenspur auf den Insert geladen werden. Dazu klicke ich einfach mal hier in die Liste und ich weiß, das heißt irgendwas mit VST. Deshalb gebe ich hier oben mal VST ein. Und genau hier wird es mir angezeigt. Das ist nämlich das VST-Connect-SE-Cue-Mix-Plugin. Dieses Plugin, wie man hier sieht, hat eigentlich keine Bedienelemente. Hier steht auch Not Connected, weil wir ja noch nicht verbunden sind. Und das macht eigentlich nichts anderes, als wenn die Verbindung zum Sängerin steht, das, was hier in dem Kanal ist, automatisch zur Sängerin zu schicken. Jetzt fehlt noch ganz am Schluss eine Sache. Und zwar, wo kommt denn jetzt mein eigentliches VST-Connect-Plugin rein? Wo muss ich das denn laden? Zunächst mal, was man machen sollte, damit wir vielleicht keine Rückkopplung kriegen, ziehe ich von der Subgruppe nochmal einfach den Fader hier ein bisschen runter. Und jetzt gehen wir in den Mixer rein mit F3 und wir haben ja hier unseren Talk-Pack-Input. Der hat ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal sorgt er dafür, dass mein Eingangssignal dann dementsprechend an die Sängerin, Interpretin weitergeleitet wird. Und zweitens wird dieser Kanal, dieser Eingangskanal, auch gleichzeitig dann das Aufnahmesignal tragen. Und dazu müssen wir nämlich in den Insert dieser Spur das VST-Connect-Plugin reinlegen. Klicke ich auch mal hier drauf, gebe nochmal VST ein und dann geht es um dieses Plugin hier. So, das wird jetzt hier geladen. Und jetzt mache ich den Mixer wieder zu. Und man sieht hier direkt ein kleines Miniaturbild von mir, weil meine Webcam im Rechner automatisch aktiviert worden ist. Hier an der Seite sieht man mein Talk-Back-Mikrofon. Und bevor wir jetzt die Verbindung herstellen zur Sängerin, gerade mal eine kurze Übersicht, was dieses Plugin hier eigentlich hat. Wir haben hier oben für den Talk-Back einen Lautstärkeregler und einen An- und Ausschalter. Das wird sich übrigens automatisch ausschalten, sobald wir in den Aufnahmemodus gehen, damit nicht aus Versehen Geräusche von mir oder Stimme von mir in die Aufnahme mit einspielen. Dann haben wir hier die verschiedenen Sync-Buttons und die Synchronisationsmöglichkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo eine Verbindung hergestellt ist übers Internet, leuchten diese Punkte hier grün auf und zeigen mir ungefähr an, wie hoch meine Signalstärke ist und ob alles gut geht. Das werden wir gleich auch sehen. Dann haben wir hier den eigentlichen Login-Bereich. Und zwar gibt man hier einen Username ein. Das ist vollkommen egal, welcher. Dann klickt man, das werden wir gleich sehen, auf den Login-Button, wenn wir uns einschalten. Und dann gibt es noch praktisch das Setup, was ich hier einstellen kann. Das ist mein sogenanntes Studio-Setup. Hier kann ich einen Audio-Upstream und einen Video-Upstream eingeben. Das bedeutet, mit welcher, ich sag mal, Kilobit-Rate ich nach draußen gehe. Hier kann man draufklicken und kann das verändern. Also idealerweise ist es so, dass man mal mindestens eine Leitung mit 256 Kilobit hat. Davon können dann unter Umständen diese 192 hier genutzt werden. Hat man Probleme, dass beispielsweise der Ton nicht gut ankommt oder das Bild nicht gut ankommt, kann man diese Werte erhöhen, aber bevor man eine Verbindung herstellt. Hier wird mein Video-Device eingegeben. Hier gibt man beispielsweise dann eine entsprechende Webcam ein. In meinem Fall ist das die hier in meinem Mac-integrierte EyeSight-Kamera. Und ich gebe meinen Input-Channel ein, wo im Prinzip dann das entsprechende Signal reinkommt. Also in meinem Fall ist das ja der linke Kanal 1. Und das hier ist ein ganz wichtiger Wert. Das ist die Remote-Delay-Compensation. Damit das ganze System funktioniert, muss ja mit einer gewissen Verzögerung gearbeitet werden. Und das System erzeugt automatisch eine Verzögerung von einer Sekunde, die wir natürlich bei der Aufnahme später nicht hören und auch nicht fühlen werden. Und falls da was nicht klappt, kann man diesen Wert auch erhöhen. Aber wir lassen das jetzt mal einfach hier auf 1 stehen und probieren das aus. Dann habe ich hier ein Bedienfeld. Dieses Bedienfeld hat nichts damit zu tun, was hier bei mir in Cubase passiert. Dieses Bedienfeld ist eine Fernbedienung für die Bedienelemente, die der Performer in seiner Software praktisch drin hat. Ich kann also die komplette Software, falls die Verbindung gleich steht, mit diesen Bedienelementen fernbedienen. Der Performer selber, also der Musiker selber, kann natürlich das an seinem Tool auch einstellen. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen, weil der soll sich auf seine Gesangsaufnahme konzentrieren. Und deshalb kann man das alles lieber hier machen, weil man selber ist ja eigentlich der Aufnahmeleiter oder Recording-Ingenieur und der hat sich um sowas zu kümmern. Und zwar haben wir folgendes. Wir haben einmal einen sogenannten Mikrofonregler. Damit regele ich praktisch die Lautstärke des Signals, wie der Interpret sich selber zum Beispiel über seine Kopfhörer hört. Das kann ich hiermit steuern. Dann habe ich den Studioregler. Damit regele ich das Playback, das ich dem Musiker dann rüberspiele. Und zwar, dieses Playback besteht ja aus meinen, hier in dem Fall Harmonien-Drumspuren und meinem Talkback-Signal. Und dann habe ich einen Masterfader. Das heißt, ich stelle hier erstmal eine entsprechende Gewichtung ein und kann dann hier die Gesamtlautstärke mit regeln. Lassen wir das aber in dem Fall nochmal unten. Und dann habe ich einen Metro-Klick. Das steht für Metronom. Ich kann also auch hier das Metronom dazu schalten und kann den Klick stufenlos regeln. Und dann habe ich integriert in den Kanal einen Equalizer, einen Kompressor und einen Reverb-Effekt. Achtung! Diese drei Effekte sind nur im Signalweg zum Anhören für den Sänger. Die werden nicht mit aufgenommen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben hier einen klassischen normalen Equalizer. Bass mit einem halbparametrischen Mittenregler und Höhen. Falls der Sänger sagt, ich möchte mich gerne ein bisschen heller hören oder so, dann kann man das hier im Prinzip mit dem High-Regler ansteuern. Dann habe ich im Prinzip einen Kompressor mit einem Threshold, Attack-Release, Narratio und einem entsprechenden Make-Up. Den lasse ich auch erstmal jetzt aus. Und ein Reverb. Das ist ganz wichtig, weil viele Sänger möchten sich mit einem vielleicht einem kleinen Raumeffekt hören. Dann kann ich hier im Prinzip die Nachhaltzeit, die Raumgröße, die Dämpfung der hohen Frequenzen und die Breite des Hals eingeben. Das werden wir gleich auch einfach mal probieren. Und dann habe ich hier noch drei Buttons. Und der erste Button ist der Instrument-Button, weil wir werden zwar gleich nur Gesang aufnehmen, aber es kommt ja durchaus mal vor, dass man zum Beispiel mit einem Gitarristen zusammenarbeitet. Und da ist es ja ganz wichtig, der wird sein Instrument ja möglicherweise an sein Audio-Interface anschließen, ohne Mikrofon, über einen Instrumenteneingang. Und damit das Ganze funktioniert, damit man auch mit ihm reden kann, macht man einen zusätzlichen Instrumentenkanal, wo sein Instrument dranhängt. Und das restliche Setup ist, wie es jetzt hier ist, damit ich mit ihm auch reden kann und er mich auch versteht. Also man braucht einen zusätzlichen Kanal und den richtet man ein, indem man hier einfach auf Instrument klickt. Und dann habe ich die Möglichkeit, die sogenannte Konfiguration zu machen. Das ist auch im Prinzip, das sind alles Einstellungen, die sich nicht auf meinen Rechner beziehen und meine Hardware, sondern auf die Hardware des entsprechenden Musikers. Ich kann hier sein Audio-Device anwählen, also ein Audio-Interface, seinen entsprechenden Audio-Ausgang, falls ein Instrument angewählt ist, seinen Instrumenteneingang, seinen Mikrofoneingang. Und kann hier auch, habe die Möglichkeit, indem ich hier draufklicke, dann die entsprechenden Upstream für Audio und Video getrennt einzustellen und das Video-Device auszuwählen. Das kann der entsprechende Interpret auch rein theoretisch vorher selber machen, aber ich habe hier die Möglichkeit, das auch alles nochmal einzustellen. Im Moment ist natürlich keine Eingabe möglich, weil wir noch keine Verbindung haben. Gehe aus der Konfiguration wieder raus. Und dann habe ich natürlich hier noch einen Monitor-Weg, wo ich im Prinzip nochmal zusätzlich den Monitor für den Artist einschalten kann. So, was jetzt von Nöten ist, was ganz Einfaches, ich klicke hier oben auf Login. Jetzt passiert hier Folgendes, jetzt erscheint hier ein Key. Der heißt in meinem Fall 8570, Leerzeichen 43909. Das ist jetzt eine Session. Mein System ist jetzt mit dem Steinberg-Server gelockt. Und was ich jetzt machen muss, ich muss gleich zum Telefonhörer greifen und muss meine Kollegin anrufen und ihr genau diesen Key sagen. Und diesen Key wird sie in ihrer App dann einfach eingeben. Das heißt, ich ziehe das nochmal rüber. Sie gibt hier oben ihren normalen Namen ein und dann gibt sie hier ihren Key ein und klickt auf Connect. Und wenn alles klappt, wenn die Steinberg-Server funktionieren, dann werden wir eine Verbindung herstellen können und können mal aufnehmen. Und ich denke mal, das sollten wir versuchen. Ich werde also jetzt einfach mal das Telefon nehmen, anrufen und dann gucken wir, was passiert. So, die Verbindung haben wir jetzt hinbekommen. Am anderen Ende der Leitung darf ich die Gesa begrüßen. Das klappt ganz gut, auch von dem Videobild hier. Und man sieht hier direkt in den Anzeigen, dass ein Signal von ihr rüberkommt, weil wir haben ja hier alles eingerichtet. Das heißt, die Sängerin versteht mich auch über den Monitor-Kanal, über mein Talkback-Mikrofon. Ich schalte jetzt hier bei der Sängerin auf den Sängerin-Rekord-Kanal, weil da möchten wir gleich auch aufnehmen. Deshalb habe ich auch schon scharf geschaltet. Und wir machen als erstes mal einen kleinen Test, ob du zum Beispiel deine Stimme auch mit Hall hören kannst, wenn ich dir jetzt das Reverb hier aufdrehe. Das machen wir mal gerade. Sprich mal was. Oh ja, sehr viel Hall. Genau, dann mache ich mal ein bisschen weniger, damit du da gleich irgendwie nicht ganz so viel hast. Jetzt könnte ich natürlich auch einen Kompressor einrichten oder ein bisschen EQ, aber ich denke mal, das lassen wir. Was ganz wichtig ist, dass gleich bei der Aufnahme mein Talkback natürlich sich automatisch ausschaltet, damit es keine Aufnahme meines Talkback-Signals gibt. Das macht das System automatisch. So, wir können ja mal gerade einen Test machen. Ich schiebe das Fenster mal zur Seite und ich werde dir einfach mal vorspielen, was du da gleich kriegst und ob du das auch alles hörst. Ich drücke mal hier auf Start. Gut. So, das hört man wunderbar, bei mir auch. Was ganz wichtig ist, ich habe auf Start gedrückt und es dauert ungefähr eine Sekunde, bis das wirklich losläuft bei mir. In Wirklichkeit wird das schon an GESA übertragen und das ist genau diese Sekunde Latenz, die das System braucht, um sich richtig zu synken. Aber die Aufnahme, die wir jetzt gleich machen werden, die wird richtig platziert. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Du hörst dich auch richtig. Wir haben das hier eben schon probiert mit dem Mikrofon hier und dem Studiopegel. Das funktioniert alle so alle wunderbar. Einen Klick brauchst du nicht extra, den lassen wir natürlich weg. Und ich schiebe das hier mal zur Seite des Fensters und würde sagen, starte einfach mal die Aufnahme. Du glaubst doch aber nicht, dass ich jetzt für dich vor allen Leuten singe. Da musst du dir schon eine Professionelle suchen. Ich habe mir ja sowas schon gedacht, dass ich dich nicht zum Singen bewegen kann am frühen Morgen. Aber das ist auch gar kein Problem, was wir hier schön in der Aufnahme sehen. Es hat ja geklappt, die Aufnahme hat ja stattgefunden. Ich kann das hier gerade noch mal laufen lassen. Du glaubst doch aber nicht, dass ich jetzt für dich vor allen Leuten singe. Da musst du dir schon eine Professionelle suchen. So klingt das Ganze. Aber das ist im Prinzip VST Connect. So funktioniert das relativ einfach. Und es ist vollkommen egal, wo du sitzt. Und ich würde sagen, das sollte jeder selber mal ausprobieren. Manchmal muss man ein bisschen probieren, um auf den Server zu kommen. Aber normalerweise klappt das alles ganz gut. Ich bedanke mich bei dir, Gesa, und damit ist auch dieses Tutorial-Video hier zu Ende. Viel Spaß.